Heute mal kein Intro, kein Nichts, sondern einfach nur ein herzliches Dankeschön an alle von euch. Ich habe ja vor drei Wochen, vier Wochen erst hier mit den Abiturvideos angefangen und wir sind allein in der letzten Woche glaube ich von 300 Abonnenten auf jetzt bei 1800 Abonnenten hoch und es ist einfach nur total krass für mich. Ich bin so krass dankbar, dass die ganzen Videos euch so stark geholfen haben. Ich habe so viele Kommentare bekommen, die ich stolzerweise alle beantwortet habe. Ich habe auf Instagram richtig viele Nachrichten bekommen. Wir haben richtig geile Livestreams gemeinsam gemacht. Leute, eine Stunde gestreamt Instagram. Ich mache das gerade hier mit den letzten 2% meines Akkus, weil mein Handy es auch nicht mehr packt. Was ein geiler Livestream. Ich habe Berichte von euch gehört, wie es richtig scheiße in der Prüfung lief, wie es richtig gut in der Prüfung lief und einfach nur die letzten 7 Tage waren für mich schon so ein krasser Journey. Danke euch von ganzem Herzen dafür. Das Abitur ist ja jetzt schon für fast alle vorbei und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, die ich auch schon öfter bekommen habe. Leo, was kommt in Zukunft für Content? Und zum einen natürlich erstmal für alle, die aus Bayern kommen. Die haben ja noch am Freitag Deutsch und dann noch zwei mündliche Prüfungen. Für die werde ich noch ein paar entsprechende Videos machen. Zu Deutsch kommt wahrscheinlich noch ein Last-Minute-Tipps-Video. Und auch zu den mündlichen Prüfungen werde ich ein paar Fächer abdecken. Das bedeutet, wenn ihr irgendein Fach habt, zu dem ihr ein Video von mir wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare, da kann ich sehr gerne darauf eingehen. Ansonsten wird sehr viel Persönlichkeitsentwicklung erstmal kommen, weil es in meinen Augen einfach mega wichtig ist. Egal, ob man auch nach diesem Jahr noch in der Schule bleibt oder eben, wie die meisten von euch wahrscheinlich, aus der Schule rauskommen. Und da ist es einfach mega wichtig, dass man über solche Themen Bescheid weiß. Dazu kommt auch viel Persönliches. Ich werde ein paar Geschichten erzählen, die für euch vielleicht mega, mega inspirierend sein werden, weil ich habe natürlich auch letztes Jahr mein Abi gemacht und wie ich mein Jahr verbracht habe, ist für euch bestimmt auch total interessant. Es werden ein paar Special Vlogs kommen und so weiter. Und als dritte Sache werden wir natürlich auch besprechen, was man nach dem Abi alles machen kann. Zum einen Thema Reisen, andere Studiengänge, welchen Studiengang könnte ich, sollte ich wählen. Ich werde auf jeden Fall von meinem Psychologie-Fernstudium erzählen, weil Psychologie sicherlich ganz viele von euch interessiert und auch ein Fernstudium in meinen Augen heutzutage eine total geile Alternative ist. Und über all solche Themen werde ich auch sprechen, damit ihr da wirklich auch noch für den Start ins richtige Leben richtig viel guten Content bekommt. Und das wird erstmal so die Content-Strategie für die nächsten Wochen sein. Und dann werde ich natürlich auch wieder Schulthemen aufgreifen. Das bedeutet, das ist dann auch wieder für all die interessant, die jetzt ihr Abitur noch nicht hatten, sondern in jüngeren Klassen sind und natürlich auch für alle, die dann im nächsten Jahr studieren, weil natürlich alle Produktivitäts- und Lernhacks und so weiter auch für euch relevant sind. Natürlich wird es auch auf Instagram weiterhin ganz, ganz viele Einblicke von mir geben. Das heißt, folgt mir auch da gerne. Ansonsten werde ich auch unabhängig von dem ganzen Social-Media-Zeug sehr bald an Schulen gehen. Ich werde bald Online-Coachings anbieten, damit ihr wirklich auch noch in allen anderen Bereichen auch gewissermaßen offline einfach gut abgedeckt seid. Und deswegen, wenn du jemanden kennst, der vielleicht in der 10. oder 11. Klasse ist und nächstes Jahr 11. und 12. hat oder vielleicht auch 13. Teil es doch bitte dem mit, empfehle meinen Kanal weiter, schicke es ihm einfach kurz rüber bei WhatsApp. Das wäre natürlich auch ein mega schönes Dankeschön nochmal an mich, würde mich total freuen. Aber wie gesagt, ich fühle mich einfach euch gegenüber so krass verbunden. Das ist alles so heftig, auch der Meditations-Livestream, den wir gestern hatten. Da sind einfach schon sehr viele echt enge Connections auch jetzt in den letzten Tagen entstanden und das ist für mich einfach ein richtig krasses Gefühl. Deswegen will ich einfach auch das Video wirklich nur mit einem fetten, 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 fetten Danke an euch alle abschließen. Und egal, wie jetzt eure Zukunft aussieht, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Ich glaube an euch und haut rein. Euer Leo.